. Mir persönlich fasziniert Grinwold die einmalige Berglandschaft. Das ist für mich das Schönste, gerade zu trainieren, das im Hintergrund zu haben. Also Motivation ist sicher einmalig. Mein grösster Erfolg bis jetzt ist sicher, dass wir mit dem Bruder zusammen getreten auf dem Podest waren. Das war sicher ein sehr spezieller Moment. Für mich ist Grinwold super als Trainingsort. Ich kann praktisch von zu Hause aus auf die Ski. Ich bin sehr schnell unterwegs. Für jedes Training, das ich mache, hat es etwas. Sei es für ein längeres Training, kann ich richtig röde Waldspitzen einspielen. Oder sei es ein Intervalltraining, kann ich richtig Stöpfe beisten. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020